Wir nennen es Niemandsland. Mit Streifen der Zerstörung zwischen L.A. und San Diego, erschaffen als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Strände und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Dad sagte, dass nur wenige in Niemandsland operieren. Zu gefährlich, zu unvorhersehbar. Wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Trotzdem glaubte ich, dass es seine Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Nö. Okay, sieht gut aus. Scanner-Bereich. Kontakt. Feindliche Patrouille nähert sich von Westen. Nicht angreifen. Sie sollen näher kommen. Bereit machen. Jetzt. Kuh zum Angreifen. Okay, dann wollen wir mal. Wir sind ein Hund. Oh, geil. War in kurzer Zeit Riley, die geile Sau. Oh. Sehr brav, Riley. Krieg's nachher dein Hundefutter. Das könnte mehr geben. Sehr brav. Niemandsland. Bereit halten. Bin bereit. Darf ich nochmal Riley steuern? Okay, mehr oder weniger. No-Q drücken und er darf dann angreifen. Nähe in der Zielposition. Verstanden? Verstanden. Viking, Achtung. Aktuelle Berichte weisen auf hohe Feindaktivität in diesem Gebiet hin. Alter Vater. Wir haben die Daten durch die Daten und verschwindet sofort wieder. Das ist die Synchronstimme von Dingens. Leck mir die Eier. Nicht von Leck mir die Eier, aber von... Oh, was ist das für eine... Das ist ein Schauspieler. Oh, McDamon vielleicht? Nee. Mir fällt auch gerade gar kein Film ein. Wie heißt denn der? Wollt er denn Born? Vielleicht hat er da mitgespielt? Ist mir doch scheißegal. Das ist alles unwichtig. Das Wichtigste ist, wie denn der Synchronsprecher nochmal heißt. Beziehungsweise der Schauspieler. Wie heißt der denn nochmal, der Schauspieler? Ich weiß, dass ich den auf jeden Fall mag. Aber ihm fällt auf jeden Fall gerade gar nicht in der Schauspieler ein. Ich weiß noch nicht mal... Ja, das sieht alles schön aus, ja. Ich weiß noch nicht mal, wie der Schauspieler heißt. Von Born. Hieß der immer da jemand? Oh, warte mal. Der kackt hier gleich. Der kackt hier gleich. Hey! Oh, jetzt dürfen wir Riley steuern, oder was? Nö. Damit leitest du ihn. Egal wohin, er wird dir folgen. Zieh dich ein wenig. Ich sehe zwei Ziele voraus. Oh. Sie sollen sich trennen. Den Herrn zuerst ausschalten. Was ist geil? Wir steuern Riley, ja. Jawohl! Ja, klar ist das nett. Und der andere hin. So ein bisschen Stealth-mäßig hier halt. Versuch seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Zum Bellen. Da ist er. Den schnappe ich mir. Aber wir können auch sprinten. In Ordnung, Logan. Das ist Riley, die heute ist. Wir wollen gehen. Also, Schwinger, Rennrad und Riley, der geilen Sau. Können wir auch springen? Nein. Können wir uns hinducken, hinlegen? Nö. Was ist geil? Warte, ein Scharfschützer auf dem Balkon. Was passiert eigentlich, wenn wir entdeckt wären? Was passiert dann? Einfach rauf rein. Sagst du? Oh, geil. Oh. Oh, ist das geil. Oh. Alles sicher? Ein geiler Scheiß. Will ich noch mal machen. Brav, Riley. Wir sind ein gutes Team. Trotzdem, wie hieß nochmal die Synchronstimme? Beziehungsweise der Schauspieler. Riley, so. 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 Der spielt da richtig ramm. Alter Vater. Genau. Boah, was geht mit dem, ey? Der rastet total aus, unser Hund hier. Mir nach. Na, hammergeil, Riley. Du bist echt eine geile Sau. Muss man ja mal sagen. Riley. Fix ja alle durch. Ja, der ist schon tot. Was ist das dir erleben? Warum ist das eigentlich so leicht? Keine Ahnung. Lila oder so. Hm. Gibt ein bisschen komisch aus, wenn ich mich gefragt. Aber naja, was soll's. Riley. Fass. Nicht blocken. Fass. Fass, Riley. Fass. Ja. Brav. What? What? Alter. Wir haben hier was. Sieht aus, es ist nicht. Würden Sie sich durch die Trümmer graben. Was soll das zeigen? Was denn für Trümmer? Los noch Widerstand, aber wir schlagen uns durch. Ich hatte gerade eine kurze Mausbeschleunigung. Auf einmal war das so schnell, die Maus. Kein Plan, was gerade abging. Ich habe gerade einen halben 360 gemacht und wusste gerade dann gar nicht mehr, wo ich bin. War echt schön. Ha. Bin unterwegs. Riley. Fass. Ach so. Ja, sorry. Kollege, sorry. Sorry, sorry, sorry. Oh, ja, Riley. Schnapp ihn dir. Kriegst du denn hier noch rum? Schein der Scheiß. Riley, Fass, Kollege, Fass. Hat Riley eigentlich einen God-Mode oder wie schaut's aus? Viking 1, wir erhalten berichtet von hoher Feindaktivität weiter vorn. Wenn ihr euch beeilt, sollten sie es abfangen können. Jawoll. Ich habe einen Mann. Schöne Dingsschmeiße. Riley, Fass. Wie heißt der Schauspieler normal? ich habe ich keinen plan ich sehe schon die kommentare so ich mag den schauspiel auf jeden fall das ist klar ganz ehrlich bin kurzer vor einfach mal in der aufnahme schnell mal mein handy zu zucken und nachzugucken wie denn der scheiß schauspieler noch mal heißt ich habe keinen plan richtig weil wir so fast wieder für zukungen aus wieder ein bisschen futter laut das ist der schauspieler ich hieß er denn wie hieß er denn er wolle sehr schön ist eine leichte mission also so richtig schön stoff mäßig aber auch manchmal schön rambo das sieht so süß aus wir sind schon wieder reilly hohe feind aktivität hier ganz langsam und vorsichtig das finden kannst nicht vergessen langsam und vorsichtig weil wir im gras verstecken was im gras gute idee ich werde gleich so entdeckt wahrscheinlich das ganze panzer und solange da klar das weiter nichts ist wahrscheinlich jetzt einfach dadurch oder was schönes deal erledigt das sagte einfach nur gucken oder wie oder weiter soll ich weiter vor oder wie schaut's aus soll glaube ich weiter vor ich wollte ihn erst gar nicht erledigen aber dann musste ich halt okay ah wie vor alter Darf ich den jetzt angreifen oder sehen sie mich denn? Oh Mann, Alter. Ist das ein Kacke, ey. Ich glaube, ich kann da vielleicht einfach durch Oh, ne. Was ist denn? Egal, einfach mal weiterlaufen. Ja. Schade. Hey, du hast doch nicht geglaubt, dass ich es dir leicht mache. Oh nein. Wir beide haben wirklich viel nachzuholen. Ich bin da. Ich bin da. Und ihn auch. Operation Heimkehr fährt wie geplant. Feuerbasis Charlie. Operation Heimkehr. Viking, wie lautet eure Position? Die Jungs, haut mal besser rein und kommt, sonst bleibt ihr hier zurück. Verstanden. Sind auf dem Weg. Markiere den Sammelpunkt. Hol Riley daraus. Wir treffen uns am Ausgang. Boah, diese Stimme. Alter. Oder von Rock, der da gerade geredet hat. Die Stimme kommt mir auch leicht bekannt vor. Haben sie ein paar gute Synchronsprecher irgendwie, glaube ich. Scheinbar. Mann, oh Mann, oh Mann. Guter Junge, Riley. Bewegung. Stalker 6 sind auf dem Weg zu eurer Position. Startet die Party nicht ohne uns. Riley, nicht so schnell. Was ist mit dem Hund los? Riley hat Hunger. Riley? Irgendwas. Oh. Scheiße. Oh. 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 Alter. Nee, komm aus, das Vergewaltigen. Oh. 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 Ich vergewaltige ihn. Schon. Alter. Riley, danke. Puh. Oh, nix da. Oh. Fuck, bitte. Fussi. Tricks. Fuck. Mais. Marek. Du geile Sau, du. Puh. Danke, Kollege. Ohren aus. Sind wir nicht. Wir haben unser Ziel gefunden. Ich glaube, du hast was für mich. Die Föderation hat einen Kerl zur Feuerbasis Charly gebracht. Wird er vermisst? Mir. Hey, Jax. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Ihr könnt mit uns kommen. Macht aber, was ich sage und wenn ich es sage. Verstanden? Ja, Sir. Ja, Sir. Das ist eine Kronstimme, Mann. Wie heißt dieser verdammte Scheiß? Drecksschauspieler. Hey, das gibt es doch gar nicht. Alter. Ich komme einfach nicht drauf. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich von denen schon ein paar Filme gesehen habe und ich die irgendwie alle recht geil fand. Ich bleibe einfach mal bei Matt Damon. Keine Ahnung. Das stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht, aber hey, scheiß drauf. Das sind der Pannatzügel auf der Straße. Das gibt Ärger. Okay, Keegan, im Augen behalten und Deckung geben. Ihr Walkers kommen mit mir. Okay, Keegan, das kann man was gehen. Ah, wir dürfen losballern, okay. Oh. Alter, alter. Okay, und so einen Hund können wir irgendwie nicht losschicken irgendwie. Ja, doch, keine Ahnung. Egal. Die gehen ja alle so schnell down. Ach, hey. Habt ihr es gar nicht gesehen, Kollege? Moment. Freilie ist nicht bereit. Soll er mal bereit sein hier? Was ist denn da los? So alle down hier oder ist hier noch einer? Da oben vielleicht? Ah, da jetzt weiter. Bei der Party. Nüt? Ja, geht alle down. Hüi. Weiter, alter Hügel. Los! Ich bin so bewusst, dass da unten einer ist, ey. Habt ihr denn die ganze Zeit gehört, den Kollegen? Geil neutralisiert. Geil neutralisiert. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Geil vor! Bring uns in Richtung Stadion! Ajax hat nicht mehr lang. Also ich weiß auf jeden Fall, was ich nach dieser Mission mache. Ich gucke sofort, wie der Schauspieler nochmal hieß. So rein tötigerweise braucht er mir das nicht in den Kommentaren schreiben, außer für die anderen, die das gerne wissen wollen.